So, ich brauche hier Anschluss. Nee, da nicht. Ja, genau so. Aber jetzt mache ich erstmal hier weiter. Achso, da bin ich ja schon an dem Dingspunkt angekommen. Ja, gut. Ich mache jetzt erstmal diese Seite hier weiter. Ja, das wird jetzt eben ein bisschen fummelig. Aber okay, ist dann eben so. So, wie wäre es denn mal mit einer Fackel da an der Laterne? Nein, an der Wand. Die Fackeln sollen natürlich auch dann nicht bleiben. Das soll natürlich noch schöner werden. Aber eben so alles der Reihe nach. Ja, ich muss das doch da unten machen. Sehe ich das richtig, dass ich nur noch zwölf oder zehn Klötze habe? Ja, ich sehe das richtig. Na gut, da geht eben einiges drauf dabei. Achso, die Werkbänke sind da. Dann brauchen wir Nachschub von der Seite hier. Ja. Ja, doch so. Und so. Okay. Jetzt passt das da nicht mehr hin. Okay, ich muss ein bisschen auslagern hier. Das kann auch weg hier. Das da, das da. Ja, okay, passt. Ich habe genug Platz jetzt wieder. Machen wir weiter. Ähm, hiermit. Achso, nee, halt. Ich muss ja das so machen. Okay. Und da auch noch. Äh. Ja, doch so. Jetzt muss ich erst überlegen. So. Die können wir jetzt übereinander packen. So. Und so. Okay, gut. Weiter geht's. Werkbank nehme ich mit. Essen auch nochmal vorher was. Jetzt muss ich sowieso gleich wieder nach unten und Zäune besorgen. Weil ich keine Zäune mehr da habe. Ich habe sowieso keinen Platz im Inventar. Also von daher ist das auch in Ordnung. Was machen wir denn da links hin? Hier. Da soll auch noch irgendwie was hin. Irgend so ein farbiger Streifen oder so. Ja, okay. Dann sind wir gleich durch hier. Zumindest auf dieser Seite. So, sehr gut. Ja, Zäune habe ich jetzt nicht. Das heißt, ich kann mal nach unten und schauen, ob wir hier Zäune haben. Aber wenn nicht, dann müssen wir welche bauen. Hier sind aber keine. Okay. Und hier auch nicht. Das ist natürlich dumm gelaufen. Platz im Inventar. Habe ich noch. Okay, gut. Dann gehen wir zum Experimentierlager. Vielleicht habe ich da sogar noch ein paar Zäune auf Lager. Das könnte ja sein. Schauen wir mal nach draußen. Jetzt die letzten... Die letzten Minuten der Dämmerung können wir noch schnell nutzen. Um nachzuschauen, was da so alles ist. So, okay. Da ist nichts drin. Da auch nicht. Da nicht. Da auch nicht. Äh, extrudieren. Ja, also ausziehen. Gut, wir müssen Sachen holen. Für Zäune. Brauchen wir Eisen, Gehäuse, Platten doch, oder? Muss ich eben nachschauen. Die packen wir da noch schnell rein. Und dann legen wir uns hin. Ähm... Da schaue ich mal... Hier. So, Fence. Ja, Eisen, Gehäuse, Platten. Nee, das F-Soll-Loch weg hier. So, da unten, genau. Gehäuse, Gehäuse, Platten. Das ist Sinn. Wir haben gar keine... Okay, gut. Dann nehmen wir mal vier davon mit. Und wie macht man jetzt die? Casing war das, oder? Casing... Tin. Ähm... Iron. Das wird gehämmert. Oder auch hier im... Dings muss man sich... Ja, okay, gut. Dann stopfen wir die da rein. Dann müssen die eben erstmal gehämmert werden. Und, äh... Ja, dann gleich nochmal. Aber dann geht's so... So, verfolgt mich da irgendwas im Dunkeln? Nö, ist hier jetzt nix. Okay, dann schalte ich mal da um auf... Rollen. Achso, gerollt ist das. Okay. Also, ja, walzen. Genau, walzen. So, das da... Umschalten und das da rein. Äh, 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 da kommt ja auch was. So, okay. Dann lassen wir die jetzt mal ab ins Bett. Und mal schauen, was hier dann morgens so alles... Nein! Er musste noch in die Luft gehen. Ja gut, kümmern wir uns morgen darum. Jetzt nicht mehr. Ich dachte, ich käme noch vorbei. Schnell genug, aber nein. Nö, 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 dann eben doch nicht. Also, schauen wir mal, was der Creeper für Schaden angerichtet hat. Hallo? Lass mich doch jetzt raus. Oh ja, ne, das ist ja... Das ist ja schon einiges hier. Aber, ähm... In Sachen Kies, glaube ich. Doch, da ist auch was weg. Na gut, reparieren wir das mal wieder. Wir müssen sowieso ein bisschen warten, bis hier die... die... Metallformer fertig sind. Dann können wir hier ein bisschen... Erdarbeiten noch machen. So. Hätten wir mal das hier... Uah! Ach, hör doch auf mich so zu erschrecken. So, krieg dich ja doch. Ähm, und jetzt habe ich keine Erde mehr. Bis auf diesen einen Klotz hier. Na gut. Dann müssen wir eben mal ins Lager und Erde holen. Ja, vielleicht hätte ich auch welche da gehabt, aber... Ja, vielleicht auch nicht. Jetzt geht da wieder nichts mehr rein. Ach man, da ist auch wieder alles voll hier. Da ist noch ein bisschen was übrig. Das reicht aber. Ich lagere mal das hier aus. Und dann nehme ich noch ein bisschen Kies mit. So. Und den Rest lassen wir dann einfach da. Äh, ja, da geht's raus. So, erst mal wieder mit der Erde. Ich weiß natürlich auch nicht mal, wie das alles war, aber... Na, ist ja egal. So, so. Da. Ja, okay, gut. So, lassen wir das mal. Und hier... Ja, da würde es sich ja anbieten, wenn wir hier gleich diese Stufen da machen. Äh, diese Treppen. Oh, die sind aber so hell. Ja gut, das sind die auch. Haben die echt da schon aufgehört, oder war das... Ja, doch. Ah, aber das da... Nee, guck mal hier, das war doch... So, noch ein Stückchen hier und da... Irgendwie so. Ah nee, Moment, da habe ich jetzt zu viel Erde gemacht. Okay. Muss wieder weg. So, dann erst noch mal ein bisschen Kies. Und wir müssen da noch... ...eine Treppe... ...bauen aus Kies. Machen wir das mal so. So. Ja, okay. Okay, dann brauche ich mal eine Werkbank. Ach ja, und den... Nee, den Meißel eben nicht. Nee, nee, den brauche ich ja nur bei den Mauern da. So. Das da... Ja, aber hier kommt noch ein bisschen Erde hin. Das sieht sonst doof aus. So. Okay. Gut, dann belassen wir das dabei. Das Inventar ist voll. Dann... Oh, Moment, die Werkbank nehme ich auch wieder mit. Dann leere ich erst noch mal ein bisschen das Inventar aus. So, Gerümpel, Rohstoffe, Rotstein... Ach, guck mal hier, da ist Erde dran. Dann kommt das auch dazu. Das hier ebenfalls. Was haben wir denn noch da so? Glatt... Äh, hier, Bruchstein. Nö, das nicht. Ja, okay. Jetzt habe ich wieder Platz im Inventar. Dann können wir... ...die Dinger da mal ausleeren. Die müssen ja... Also das, was ich da jetzt raushole, das müsste sowieso gleich wieder reingesteckt werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles schon durch ist. Ich hoffe mal... Oh ja, das ist ja fast durch. Nee, gar nicht wahr. Da werden immer zwei draus oder sogar noch mehr. Ja, das soll mir natürlich recht sein, ne? Das ist doch auch gut. Ich brauche denn mehr davon. Ja, dann machen wir das so. Dann werden wir einfach mal... Äh, ist egal. Irgendwelche. Das hier raus und... ...das hier raus. Und dann schalten wir hier um auf... ...auf Ausziehen. Die anderen sollen weitermachen. Ähm, umschalten. So, genau. Jetzt hier... ...das da und das da rein. Eisen. Ja, genau. So, da müssen jetzt Säune entstehen. Und hier... ...machen wir die Hälfte davon rein. ...und niemand hier da. Die andere Hälfte da. Und das kann aber auch schon raus hier. Ja, das sind Säune. Okay, sehr gut. Ja, und die stopfen wir jetzt einfach da oben... ...äh, zu gleichen Anteilen rein. So, und damit sollte das auch funktionieren. Jetzt kriegen wir hier Säune raus. Ja, das dauert ein bisschen. Oh, das dauert ja echt lange. Wie viele Säune kriegen wir denn da? Einen. Ja gut, das dauert dann eben. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben noch... Oh nee, die Zeit ist sogar schon abgelaufen. Wir sind am Überziehen. Na, okay. Ach, ich glaube, ich hänge da noch in der Folge dran. Ich habe gerade Lust drauf. Die ganze Vorproduktion ist ja sowieso schon aufgebraucht hier. Äh, da kann ich heute ein bisschen was machen. Und wie gesagt, ich habe Lust drauf. Ähm, ja, die Frage ist jetzt nur was, ne? Wir müssen jetzt warten. Ich könnte mal das Inventar ein bisschen ausleeren. Ja, das wäre in der Tat eine sinnvolle Angelegenheit. Dann werde ich das mal machen. Komm, auf geht's. Wir gehen mal ins Lager. Und dann, ja, einfach mal hier so in die Kumpelkiste. Schmeiß ich mal so Sachen, die ich jetzt hier nicht brauche. Das da, die Teppiche schonen. Das da, das da raus hier. Was haben wir da noch? Das da, nee, die Stöckchen nicht. So. Das da, mhm. Und dann verschwinden wir mal wieder nach unten. Denn da kann ich ja auch, na, hier muss ich hin, einiges da lassen. Zum Beispiel das hier, das da, das da. Die Zäune jetzt eben nicht. Die Eisenbarren, die Teppiche da. Auch das da, das da. Ne, ja, doch hau ich die mal da nicht rein. Die können auch da rein. Die brauche ich oben ja nicht. Und auch das da. So, okay. Was wäre mal das da? Der Bruchstein. Die Kohle. Das kann alles ins Lager. Das braucht hier gar nicht zu sein. Ja, der Rest bleibt hier. Ich will jetzt mal, dass sie wieder... Ah, komm, da hat sich noch einer reingeschmuggelt. Die Erde kann auch weg. Das bleibt hier. Okay, so. So, das da, das da und diese hier. Die passen doch nicht mehr alle rein. Aber das macht nichts, denn ich habe ja noch weitere Kisten. Da kann ich ja noch eine hinstellen. Machen wir einfach mal da hin. So, was kommt da jetzt rein? Da nehme ich jetzt alles Holzzeug raus. So, und alles, was ich für die Schienen brauche. So, und das hier auch. Dann haben wir hier nur Steinzeug. So, dann kann das da noch mit rein. Ich nehme jetzt auch mal diese hier wieder mit. Ich glaube, die brauche ich hier also zumindest erstmal nicht. So, die Schienen da rein. Oh, Stöckchen haben wir aber ganz schön viele da. So, und das Wollzeug. Okay, so. Sieht schön ordentlich aus. Dann nochmal schnell zurück zum Lager. Und die Steinen... Stufen... Treppen... Ne, Stufen... Weggeräumt. So, äh, da sind sie. Was haben wir jetzt da noch? Da ist nichts mehr drin. Da, okay. Ja gut, das lasse ich eben mal. So, dann gehen wir wieder zurück zum Experimentierlag. Achso, Moment, ich muss eben mal eine neue Datei anfangen.